Für meinen Materialausgabeschein werde ich das erste Auswahlfeld erzeugen. Für den Materialausgabeschein soll ja der Hersteller hier auswählbar sein, hier alphabetisch aufgeführt, damit die eigentliche Aufgabe erfolgen kann, nämlich basierend auf dem Hersteller die entsprechenden Modelle, Modellbezeichnungen auszuwählen. Jetzt haben wir hier in der Originalliste eine Tabelle mit allen Herstellern und den jeweiligen Gerätetypen. Ziel ist es erstmal eine Liste aller Hersteller und die Anzahl der unterschiedlichen Modelle zu erzeugen. Ich nehme dafür eine neue Tabelle und habe hier mal die Daten aufgeführt. Jetzt habe ich hier oben Hersteller, darunter das Modell oder die Version. Ja und jetzt das erste, was ich mache, ist natürlich eine Tabelle hier mit strukturierten Verweisen rauszumachen. Das heißt, ich klicke hier drauf und dann nehme ich als Tabelle formatieren bzw. STRG-T, damit die Tabelle sich automatisch erweitern kann und die Überschriften auch immer brav oberhalb der Tabelle liegen. Dann kann ich nämlich einfach nach Hersteller sortieren, vielleicht erst nach Version, damit innerhalb der Hersteller die Versionen auch sortiert sind. So, das heißt, ich sehe hier aufsteigend Black & Decker, Black & Decker, Black & Decker, Bosch, Bosch, Bosch. Ja und jetzt bräuchte ich eine Aufstellung davon, welcher Hersteller es gibt. Und da bieten sich natürlich sofort die Pivot-Tables an, die aber einen kleinen Nachteil haben, wenn nämlich die Tabelle erweitert wird. Man muss ja auch schauen, wer bedient nachher diese Tabellen, wer geht da ran und modifiziert diese. Und so ein Klick hier oben auf Sortieren ist natürlich einfach. Ich erzeuge hieraus jetzt eine Pivot-Table, wähle zum Beispiel hier oben mit Pivot-Table zusammenfassen oder einfügen Pivot-Table. So, wo soll die Tabelle hin? Ich nehme sie mal hier neben, so, in ein vorhandenes Blatt. Und da klicke ich mal hier auf die Zelle, sagen wir mal F1. So, Quelle hier F1, da soll sie hin. Da wird die Pivot-Tabelle eingefügt. Und ich nehme den Hersteller in die Zeilen. Das Tolle ist, die sind ja alphabetisch hier. Und ich nehme den Hersteller nochmal in die Werte. Und da es ja keine Zahlen sind, kann er nur Anzahl von Hersteller aufführen, gibt mir also die Summe 33. Die Gesamtergebniszeile nehme ich mal weg. Das heißt, ich klicke auf Entwurf, dort auf Gesamtergebnisse. Ich will keine Zusammenfassungen sehen. So, das Tolle hier ist jetzt, dass ich mir jeden Eintrag, der hier auftaucht, natürlich jetzt als Auswahlfeld hier erscheinen lassen kann. Das heißt, hier dann die Auswahl treffen, welche Einträge gibt es denn in dieser Liste. Dafür muss diese Liste natürlich in irgendeiner Form dynamisch sein. Das heißt, wenn ich hier mal markiere, könnte ich natürlich diesen Bereich hier als Auswahlbereich für meine Dropdowns festlegen. Muss aber natürlich schauen, dass wenn die Pivot-Tabelle sich erweitert, theoretisch auch die Liste erweitert wird. Ja, und ich weiß ja, wie viele Einträge es hier gibt von F2 bis unten. Das sind hier 11 unterschiedliche Einträge. Also der Bereich geht von F2 bis F12. Also ich mache es erstmal so, weil es sich ja anbietet, nehme mal hier die Hersteller raus und lege hier für diesen Teil mal einen Namen fest. Ich klicke auf Formeln, dort auf den Namensmanager und dort lege ich mal einen neuen Namen fest. Das sind die Produzenten, nenne ich es mal, Produzenten. Ja, und dort ist der Bereich nicht dynamisch. Dort ist der Bereich, jetzt mache ich das auch mal ein bisschen breiter, der ist so definiert, dass ich sage, ich weiß doch, wo der Bereich startet, nämlich hier in F2. Und ich weiß, wie lang der Bereich ist. Ich weiß, der geht, Moment, jetzt habe ich einen Doppelpunkt gemacht, der geht doch bis, hm, wie viele Zeilen, ja, gibt es denn dort? Und dann nehme ich nochmal die Funktion Index hier kurz. Und der Bereich, die Endzelle, definiere ich einfach mal durch Spalte, ach, sagen wir mal, von F2 hier so runter markiert. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich mehr als 100 Modelle hier oder 99 Modelle haben werde. In dem Bereich soll mal geguckt werden, die wievielte Zeile. Dann nehme ich einfach die Funktion Anzahl 2, die zählt mir Anzahl von Zellen mit Inhalten. Und, ja, sag einfach, guck mal in diesem Bereich, F2 bis F100. Zähle die Anzahl der Zeilen und dort, dort, das ist ja jetzt die Zeile, dort Spalte 1. So, und damit ist der Bereich definiert. Ich bin ja in einer Index-Funktion, muss dort noch Semikolon 0, Semikolon 1 eingeben. Das 0 bedeutet, ich will die ganze Spalte haben. Also Index von F2 bis so lange, bis zu der Zeile, wie Daten da sind. Das wird mit Anzahl, wird die letzte Position im Prinzip ermittelt. Von dem Ergebnis nimmst du die ganze Spalte zwischen F2 und dem Ergebnis, ja, dort Spalte 1. Produzenten heißt das Ganze. Und dann lege ich mal diese Produzenten hier auf diesen Bereich. Ich hatte da von der letzten Übung noch einen Bereich drauf. Das mache ich mit Daten. Dort Datentools, Prüfung und dort sage ich nicht Liste Hersteller. Das hatte ich ja gerade, sondern ich mache mal ein Gleichzeichen, drücke die Taste F3. So, und dort nehme ich die Produzenten. Klicke auf OK. Ja, und jetzt stehen mir hier die Produzenten auf Basis der Pivot Table zur Verfügung. Das Problem ist jetzt, wenn er erweitert wird, wenn hier zum Beispiel ein neuer Produzent da drunter kommt, x-com vielleicht, x-com, com-x, com-i, so, mit dem Produkt 887, dann gibt es das ja hier noch nicht. Also alphabetisch sortiert ist gerade. Das würde ich jetzt hier noch jedem zutrauen. Wenn du was einträgst, sortier das alphabetisch. Was man natürlich auch machen muss, ist hier diese Pivot Tabelle aktualisieren. Rechte Maustaste drauf, zum Beispiel aktualisieren. Wenn das kein Problem ist, würde ich diese Lösung nehmen. Da kann man nämlich jetzt ganz leicht sagen, okay, die Zahl dahinter ist wichtig, alphabetisch sortiert. Und ich habe sofort auch hier in meiner Auswahl den neuen Produzenten mit. Das hier ist im nächsten Videothema. Aber vielleicht möchte ich das Ganze noch mal anders lösen, mit einer anderen Variante, Pivot Tabellen frei. Das gucken wir uns jetzt als nächstes an. Also wer hiermit schon zufrieden ist, nimmt diese Lösung. Ansonsten mache ich eine ganz einfache Formel. So, Szenerie 2. Ich habe hier eine kleine Tabelle, drei Spalten, Hersteller, Anzahl, laufende Summe. Und ich habe hier in meiner ersten Zelle einfach gesagt, also du bist definitiv dieser Eintrag. Ziel ist es ja wieder, hier jeden Eintrag einmal aufzulisten. Jeden Eintrag, den es hier gibt, Voraussetzung auch an dieser Stelle. Spalte A ist sortiert. Das habe ich vorhin bei der Pivot Tabelle nicht benötigt, die Sortierung dieser Liste. Dafür muss ich die Pivot Tabelle aktualisieren. Also sortieren traue ich jedem zu, aktualisieren von Pivot muss man, ja, vielleicht ein Knöpfchen bauen oder so, ne, vielleicht automatisieren. Ich habe jetzt hier verwiesen auf die erste Zelle, weil das ist definitiv immer der erste Eintrag. Und als nächstes, in der nächsten Zelle zähle ich mit Zählen, wenn, wie oft gibt es denn diesen Eintrag daneben in der Tabelle vorne. Dann sehe ich also bei jedem, das habe ich hier bei jedem, dann sehe ich immer, wie oft gibt es den. Dann weiß ich nämlich, dass Position 1 bis 4 mit Black & Decker belegt sind, Position 5 bis 8 mit Bosch, Position 9 und 10 mit Constructa. Ich sehe hier hinten die laufende Summe, wie viel sind mit den oberen Dreien hier schon erfüllt. Das heißt, hier mache ich ein Zählen-Wenn und hier hinten bilde ich einfach eine Summe. Ich habe dort bewusst nicht Plus genommen, weil ich ja sonst Plus diesen Text rechnen würde und das wäre ein Fehler. Deshalb habe ich die Summe der beiden genommen und die Formel ziehe ich runter. Also nehme immer die Summe von dem da drüber plus dem links daneben. Dann bekomme ich ja eine laufende Summe. So, wie steht jetzt hier Bosch? Ich habe einfach mit der Funktion indirekt gesagt, nimm die Spalte A und dort, das beginnt ja hier in Zeile 2, und dort sehe ich ja hier, der Vordermann, Black & Decker, lief mit 4 Produkten, bis hier Zeile 5 ja eigentlich. Also steht Bosch in Zeile 6, also ein tiefer. Und da sowieso die Zeilen in Zeile 2 erst beginnen, muss ich hier hinten Plus 2 rechnen, damit er den ersten Eintrag von Bosch hier auch finden würde. Also hier wird auf die Koordinate der Zelle verwiesen, wo das erste Mal hier ein Hersteller auftaucht, weil er einfach guckt, ja, wo hören denn die davor aufgeführten Hersteller auf? Gehe einfach einen tiefer und ja, wegen Zeile 2, weil es in Zeile 2 erst beginnt, sowieso noch einen tiefer, also zwei tiefer. Das soll er aber hier unten nicht mehr machen. Hier unten soll er einfach so weit runter gehen, wie hier nebenan. Deshalb habe ich hier die Summe nochmal aufgeführt. Ich habe hier vorne einfach aufgeführt, wie viele Werte gibt es denn hier, 33 Stück, ist hier schon mit dem Vorder, mit der Vorderposition, ist da die Summe von 33 erreicht. Wenn das der Fall ist, ja, dann zeig einfach nichts an. Dann mach es leer, also sollte der Wert hier, der blau umrandete, entsprechend der Anzahl sein, ja, dann führ keine weitere Position auf. Ansonsten nimmst du den nächsten, dann wird ja auch weiter drauf addiert. Das heißt, dieses Modell funktioniert automatisch. Wenn ich jetzt mal die xzx-Run nehme, die gibt es natürlich nicht, so, dann ist die hier, ja, fehlerhaft. Die ist zwar auch aufgeführt, aber natürlich nicht alphabetisch sortiert. Sobald ich jetzt alphabetisch hier sortiere, wird sie hier korrekt mit aufgenommen. Und das ist dann ohne Pivot-Tabellen aktualisieren. Ich muss halt nur die Tabelle, das ist das Einzige hier, ich muss halt nur die Tabelle runterziehen, wenn die Anzahl an Herstellern nicht ausreicht. Und dann habe ich im Prinzip das Gleiche gemacht wie bei der Pivot-Tabelle, auch hier, diesem Teil, der mit, ja, der mit Werten belegt, ist nicht den da drunter. So, und hier habe ich dann auch mit Namen gearbeitet, damit nur der Teil hier für die Auswahlfelder genommen wird und nicht der Teil da drunter. Ich zeige mal den Namen, den ich hier definiert habe. Also im Prinzip genau wie bei der Pivot-Tabelle, Namensmanager, das war der Hersteller. So, da unten sehe ich ihn schon. Auch hier gehe von f2, das ist diese hier, Index f2, genau das Gleiche. Gehe die Tabelle Hersteller runter, also hier habe ich jetzt halt eine Tabelle benutzt, ne, das ist einfacher als das mit der Pivot-Tabelle. Und dort, also da muss ich nicht sagen, gehe bis, weiß ich nicht, 200 Zeilen tiefer, ne, das hier dynamischer an der Stelle, ja. Und dort gucke einfach nach Range Anzahl Hersteller, also da war das, der Befehl Anzahl. Ich habe halt eine Funktion hier, k2, da habe ich einfach geguckt, wie viele befüllte Zellen gibt es denn hier. Also im Prinzip genau das Gleiche, damit auch hier der Hersteller ausgewählt werden kann, um dann im Anschluss rechts daneben, ja, die Bezeichnung auswählen zu können. So, und im letzten Teil geht es dann darum, hier die Modelle auswählen zu können, die Modellbezeichnungen, ob hier sortiert wurde und ich auf diese sortierte Liste zugreife, oder ob ich die noch mit in die Pivot-Tabelle aufnehme. Moment, da kann ich ja auch einfach die Version mit hinterpacken, ja, dass ich hier die Werte auslese. Ja, also das muss ich natürlich anders gestalten dann, da muss ich eine zweite Pivot-Tabelle machen. Ja, also da gibt es mehrere Varianten. Ich würde bevorzugen hier auf diese Liste, auf diese sortierte Liste zuzugreifen, den Pivot-Fall dann nicht weiter zu betrachten, obwohl der am Anfang natürlich erstmal einfacher ist. Ja, wenn es umgesetzt werden kann, nachgebaut werden kann, freue ich mich über den Daumen nach oben, bis zum nächsten Video.